In Februar 2020 eröffneten wir eine entstehende Gemeinde in Brüssel, Belgien. Es war ein aufregender Tag, dank einem Mitglied aus Brüssel, ein 70er mit Namen El Rey, der die vorherigen zwei Jahre mit vielen interessierten Personen verbracht hat. Diese Personen kamen und gingen, aber nachdem man oft mit einigen gegessen hat, sie zu Hause besucht hat und nach vielen Klassen und Lehrstunden blieb eine Kerngruppe von Nachfolgern, die bereit waren, sich taufen zu lassen, konfirmiert zu werden und die Arbeit der Gemeinschaft Christi in Belgien fortzusetzen. Als die Nachricht von der Arbeit dort bekannt wurde, kam ein zweiter 70er namens Kahelani und hat uns unterstützt. Kahelani hat seine Heimat in Haiti, Französisch-Polynesien, verlassen und wollte ein Jahr in Brüssel als World Service Corps Mitglied auf freiwilliger Basis in Belgien arbeiten. Dank seiner Bereitschaft, dort zu dienen, haben wir eine Wohnung für ihn gefunden, worin wir immer in seinem Wohnzimmer die Andachten und Klassen halten konnten. Einer der neuen Mitglieder heißt Fausten. Sechs Monate vorher hatte er seine Arbeitsstelle verloren und musste nach Antwerpen umziehen, 30 Minuten mit der Bahn, zu einem Aufnahmezentrum für Flüchtlinge. Und es kam noch dazu, dass er sich den Fuß gebrochen hat. Ich werde mich immer an den Tag erinnern, an dem er konfirmiert wurde. Er kam zum Versammlungsort auf Krücken. Er fuhr mit dem Bus, Zug und der U-Bahn und musste noch von der U-Bahn-Station zu Fuß gehen. Das ist ein Glauben trotz Hindernisse. Die Zukunft für diese neue Gruppe, die gerade entstanden war, sah gut aus. Und dann kam März 2020. Die Pandemie hatte eine verheerende Wirkung auf unsere Gruppe, die zum größten Teil als Flüchtlinge aus dem Kongo bestand. Viele hatten schon vor dem ersten Lockdown keine Arbeit und viele verloren ihre Arbeit. Manche arbeiteten im Gesundheitsbereich und waren unter den ersten, die an Covid erkrankten. Als Folge wurden auch ihre Familien krank. Die Frau und drei Kinder von einem Mitglied kamen in Belgien am Tag vor dem Lockdown an. Einer der anderen Mitglieder bot ihnen an, einige Tage in seiner Unterkunft bleiben zu dürfen, bis sie mit den Flüchtlingsbehörden sprechen konnten. Diese paar Tage wurden dann zu Monaten, da alle Regierungsämter wegen der Pandemie geschlossen waren. Könnt ihr euch vorstellen, dass elf Personen in einer Dreizimmerwohnung für über zwei Monate bleiben mussten? Die Möglichkeit, die Möglichkeit in Person zusammenzukommen, die für uns alle so wichtig ist, aber insbesondere für die Flüchtlingsfamilien, war begrenzt. Und dazu kommt, dass die meisten Familien keinen Rechner hatten und es fast unmöglich war, eine Versammlung am Sonntag zu halten, im Vergleich zu den Gemeinden bei der Gemeinschaft Christi, die sich ohne Schwierigkeiten mit Zoom treffen konnten. Als die Mitglieder in Brüssel endlich zu den Online-Andachten stossen konnten, haben sie oft ihre Telefone benutzt, insofern sie genug Datenvolumen hatten. Ihre Telefonrechnungen wurden immer höher und höher und es schien, als ob der Himmel über sie zusammenbrach. Sicherlich war das ein Zeichen, dass das Ende näher war. Die Schriftstelle für diese Wochen findet man im 13. Kapitel des Markus-Evangeliums. Kapitel 13 ist ein schruriges, kleines Kapitel in der zweiten Hälfte von Markus, wo man plötzlich eine kleine Pause mitten in den Aktivitäten einlegt. Bis hierher haben die Leser und Leserinnen sich über die abenteuerlichen Taten von Jesus gefreut, wo er alles durcheinander geworfen hat. Er hat seinen Einzug auf einen Esel in Osten von Jerusalem orchestriert, als Parodie auf die Schau von Pilatus und Käsers Militärmacht, die aus dem Westen kam. Er fordert Käsers Forderung nach erhöhten Steuern für die Armen heraus und sagt den Pharisäern, dass sie Käsar das geben soll, was Käsar gehört, und Gott das, was Gott gehört. Er wüsste, dass alle diejenigen, die das Alten Testament gelesen hatten, wüssten, dass alles Gott gehört. Er sagte, dass der Weg zu Gottes Herzen nicht durch unsere Andachtsorten erreicht wird, sondern durch unsere Fürsorge für diejenigen, die aus der Nachbarschaft und der Gemeinschaft kommen. Er sagte, Gott lieben heißt, unsere Nachbarn zu lieben. Und er kritisierte die reguliösen Leiter, die meinten, dass Aussehen und Status wichtiger waren, als sich Sorgen um eine arme Witwe zu machen, die bereit war, alles zu geben. Kapitel 13 fängt mit den Wörtern an, als Jesus den Tempel verließ. Und man kann sich vorstellen, dass Jesus und seine Jünger und Jüngerinnen fast aus der Stadt gelaufen sind. Jesus hat so viel Aufsehen erregt, dass die Autoritäten bestimmt knapp hinter ihm waren. Und zwei Sätze weiter, in Vers 3, lesen wir, dass sie schon an einem ganz neuen Ort waren, am Rande der Stadt, circa ein Kilometer entfernt, auf dem Ölberg. Hoffentlich waren sie außer Gefahr, mindestens zuerst. Und hier legt der Autor des Markus-Evangeliums eine kleine Pause von der Geschichte ein. Man könnte sagen, er nimmt eine Auszeit. Wir können nur annehmen, dass Markus in Kapitel 13 etwas Zeit brauchte, um auf die Bedürfnisse seiner Gemeinde einzugehen. Da er das Evangelium gerade für sie geschrieben hatte. In meiner Bibel steht als Überschrift die Zerstörung des Tempels und Zeichen der Endzeit. Andere nennen dieses Kapitel die kleine Apokalypse von Markus. Also jetzt müsst ihr ehrlich sein. Wer mag denn einen guten Apokalypse-Film? Ich, besonders wenn es viele Zombies im Film gibt, nicht wahr? Am Anfang des ersten Lockdowns waren Filme über Katastrophen und Pandemien besonders beliebt. Wieso ist es für uns eine Hilfe, von düsteren und finsteren Geschehnissen in unserer Zeit zu hören, um das Chaos im eigenen Leben besser zu bewältigen? Warum glauben wir, dass es für uns einfacher wird, wenn es woanders schlecht geht? Müssen wir beruhigt werden, dass egal wie schlimm es wird, dass jemand uns helfen wird und dass alles am Ende gut wird? Offensichtlich hat diese Methode auch vor 2000 Jahren funktioniert. Es scheint, als ob Markus im Jahr 70 ein kleines Buch von dem guten alten Ende der Welt für die Kleine ums Überleben kämpfende Gemeinde herausbringen wollte. Denn auch sie kämpften mit Veränderungen und Sicherheiten und Problemen. Es war eine Zeit, wo viele Stimmen versuchten, sie für sich zu gewinnen, für ihre Vision zufrieden, zu sich zu kommen. Bibelwissenschaftler sind einig, dass Markus sein Evangelium ungefähr im Jahr 70 nach Christus schrieb. Es war vielleicht nach der ersten jüdischen Revolte und der Tempel in Jerusalem lag in Schutt und Asche. Die Römer hatten den Tempel zerstört und viele Juden wurden verhaftet und nach Rom verschickt. Danach wurden sie als Sklaven verkauft. Wir können annehmen, dass die Gemeinde von Markus auch sehr klein war und die Christenheit, so wie wir sie jetzt verstehen, existierte noch nicht richtig. Man kann sich vorstellen, dass es sehr schwer für diese Frühchristen war, zu entscheiden, wohin sie gehörten. Wenn man sich den Aufständischen anschließt, dann kann man verhaftet werden und in die Sklaverei verkauft werden. Soll man sich den Römern anschließen? Den jüdischen Rebellen? Wo war die Zukunft am sichersten? In der Geschichte von Markus hat Jesus die Gewaltlosigkeit gewählt. Er sagte, man soll keine der Seiten wählen. Und für mich wird hier der kleine Umweg von Markus interessant. Es scheint, als ob alles auseinander bricht. Nichts ist sicher und die Veränderungen sind überwältigend. Gewalt scheint die einzige Lösung zu sein. Aber Markus sagt nicht, erhebt eure Schwerter. Nein, er sagt, schnallt euch jetzt fest an. Der Weg wird jetzt holprig. Hält euch an meiner Friedensbotschaft fest. Hält euch an die dauerhaften Werte und Prinzipien fest, die ihr gelernt habt. Und seid bereit. In Vers 9 sagt er, hält eure Augen offen. Aber seid nicht alarmiert oder überrascht von dem, was ihr sehen oder hören werdet. Und im ganzen Kapitel beschreibt er den holprigen Weg vor ihnen. Und erinnert die Jünger und die Jüngerinnen daran. Schlaft nicht ein. Bleibt wach. Bleibt aufmerksam. Hält die Augen offen. Seid bereit. Schaut hin. Bleibt meiner Friedensbotschaft treu. Denn sie ist eine gute Nachricht. Tatsächlich hat die Gemeinschaft Christi seit einiger Zeit ein ziemlich eindeutiges Verständnis von apokalyptischen Einzeitreden. Zeit, wo der Himmel einen auf den Kopf fällt. So wie was unsere Erwiderung in schwierigen oder unsicheren Zeiten sein soll. In Teilen in der Gemeinschaft Christi lesen wir Gemeinsam bewältigen wir die Herausforderung unseres Lebens im Dienst für Gott, weil wir wissen, dass unsere Arbeit nicht umsonst ist. Die Zukunft der Schöpfung gehört dem Friedenswirt, nicht denen, die unterdrücken, dominieren und zerstören. In Erwartung dieser Zukunft streben wir nach Christi Frieden. Wir kennen den Tag oder die Stunde, die kommens Christi nicht, sondern wissen nur, dass Gott treu ist. Mit dem Glauben an Gott, Christus und den Heiligen Geist stellen wir uns in hoffnungsvoller Sehnsucht der Zukunft und beten das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Dein Reich kommen, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wenn ich heute auf die letzten 20 Monate zurückschaue, habe ich eine große Erfurcht vor einem Gott, der auch in sehr herausfordernden Zeiten noch treu ist und bei uns gegenwärtig ist. Ich habe Erfurcht vor Jesus, der unsere Leiter Elrey und Kahelani auf den Ölberg während dieser herausfordernden Zeiten gerufen hat. Er hat ihnen zugeflüstert. Schnellt euch fest an. Der Weg wird holprig. Bleibt wach. Passt auf. Seid nicht alarmiert durch was ihr seht oder hört. Seid bereit und bleibt meinen Worten treu. Meine Botschaft des Friedens, der Gerechtigkeit, der Inklusion von allen Menschen, Versöhnung, Ganzheit, Heilung, und ich habe Erfurcht davor, wie die Jungen und Jüngerinnen in dieser Gruppe in Belgien irgendwie von Natur aus einer Erwiderung machten, die so perfekt mit der Aussage der Kirche über wie wir in gefährlichen, schwierigen Zeiten harmonieren sollten. Gemeinsam bewältigen wir die Herausforderung unseres Lebens im Dienst für Gott, weil wir wissen, dass unsere Arbeit nicht umsonst ist. Und das haben sie eben in Belgien gemacht. Sie haben die Herausforderungen mit Dienst bewältigt. Sie haben sofort eine Telefonkette organisiert und blieben mit den Mitgliedern in Kontakt, damit sie wussten, wie es ihnen während des Lockdowns ging. Sie haben einen Online-Dienst entwickelt, um die Bedürfnisse der Mitglieder während der Krise besser zu verstehen. Dieser bestand aus vier Bereichen körperliches Wohlergehen, geistiges Wohlergehen, wirtschaftliches Wohlergehen, geistliches und beziehungsbezügliches Wohlergehen. Sie ließen Lebensmittel und andere notwendige Sachen an Familien liefern, die in Not waren oder die unter Covid litten. Sie kontaktierten die Kassenwärten des Missionszentrums, um einen Plan zu schaffen, um Abendmahlsopfer zu benutzen, um die Notlage zu lindern. Sie haben ein schon existierendes Programm für Mini-Darlehen in der Gemeinde benutzt, damit Mitglieder und Freunde der Gemeinde bis zu 300 Euro mit minimalen Zinsen ausleihen konnten. Ein Mitglied konnte eine Waschmaschine reparieren und andere konnten ihre Kredite mit hohen Zinsen abbezahlen. Ein Leiter der Gruppe teilte einem Freund mit, dass eine Frau aus der Gruppe Schwierigkeiten mit ihrem Studium hatte, da die Kurse jetzt alle online waren und sie keinen Rechner hatte. Der Freund fragte auf seiner Arbeitsstelle, ob es einen überflüssigen Computer gab und seiner Firma hat der Frau einen Computer geschenkt. Nachdem der Freund hörte, dass das sehr hilfreich war, hat er das bei der Arbeit erzählt und die Firma hat gleich noch zwei Computer gespendet. Weitere Computer wurden durch eine Spende gekauft, die es nicht nur möglich machte, dass die Familien an den Online-Andachten teilnahmen, sondern dass die Kinder und Jugendlichen die Schule online besuchen durften. Nach der verheerenden Überflutung in Deutschland im Sommer, wo auch einige Dörfer und Städte in den Niederlanden und Belgien ohne Strom und frisches Waren und Lebensmittel waren, haben wir weitere Dienste ins Leben gerufen. Wir haben Lebensmittel in Brüssel gesammelt, die wir an fünf Familien in Verviers schenkten. Ein Ort, wo eine neue Gruppe entsteht. Besonders eine Familie wurde von den Überflutungen betroffen. Nicht nur waren sie einige Wochen ohne Strom, aber ein paar Tage nach der Überflutung musste ihr Sohn, ein Teenager, mit einer Notoperation ins Krankenhaus. Mitglieder aus Brüssel fuhren dahin, um die Situation besser entschätzen zu können und um Nothilfe zu leisten. Sie blieben auch bei den Familien, um mit ihnen zu beten, in ihrer Zeit des Verlustes und Unsicherheit. In den letzten 20 Monaten sind die Mitglieder nicht nur durch die Online-Andachten miteinander in Verbindung geblieben, sondern sie haben auch die Tempelschulkurse Einführung in den Schriften und Einführung zum Priestertum in der Gemeinschaft Christi abgeschlossen. Und vor gerade zwei Wochen haben drei Mitglieder der Gemeinde in Brüssel eine Berufung zum Priestertum erhalten. Erinnert ihr euch noch an Fausten, der Mann mit dem gebrochenen Fuß, der in vier Etappen zu dem Ort gefahren ist, wo er konfirmiert werden sollte? Er gehört zu den Dreien, die ins Priestertum berufen worden sind. Als er zu seiner Berufung ein paar Worte sagen wollte, sagte er, ich nehme diese Berufung nach mehr als einem Jahr der Suche nach Erkenntnissen an. Ein Jahr, das durch die Pandemie gekennzeichnet ist, die unsere Erde getroffen hat und ein Leben ohne Gemeinschaft geprägt hat. Aber es war auch ein Jahr, in dem die Kirche Brücken für ihre Mitglieder gebaut hat. Kommunikation, Andacht, Klassen, die Suche nach Erkenntnis und Gebete waren möglich. Ich bin der ganzen Gruppe dankbar und besonders an Bruder Elrey, der so viel gemacht hat, mich bei dieser Erkenntnissuche zu begleiten. Diese Woche habe ich mich mit Fausten, Kahelani und Elrey getroffen, um die nächsten Schritte für die Gruppe in Brüssel zu besprechen. Kahelanis Visum ist Anfang dieses Jahres abgelaufen und er wohnt jetzt in Frankreich. Elrey hat gerade eine neue Arbeit angenommen, der ihn zurück nach Norwegen bringt. Die Zukunft ist wieder unbekannt und unsicher für diese neue Gruppe in Brüssel. Ich fragte Fausten, was er über diese Veränderungen dachte und ob er bereit wäre, mehr Verantwortung bei der Leitung dieser Gruppe zu übernehmen. Ich kann mich nicht an die genaue Wörtwahl erinnern, aber ich glaube, es war so etwa wie die Wörter, die ihr schon in meiner Predigt gehört habt. Gemeinsam bewältigen wir die Herausforderung unseres Lebens im Dienst für Gott, weil wir wissen, dass unsere Arbeit nicht umsonst ist. Meine lieben Freunde, für diejenigen, die von Zeit zu Zeit denken, dass der Himmel dir auf den Kopf fällt, ob es in eurem persönlichen Leben, im Familienleben, bei der Arbeit oder in der Schule, wenn die Angst vor der Unsicherheit euch niederdruckt, wenn ihr an eure jetzige Situation denkt und dass eine unbekannte Zukunft für euch steht, möget ihr die Stimme Jesu hören, der euch auf den Ölberg ruft und der euch beiseite nimmt und euch zuflüstert. Schnellt euch jetzt fest an! Der Weg wird jetzt holprig! Hält euch an meine Friedensbotschaft fest! Hält euch an die dauerhaften Werte und Prinzipien fest, die ihr gelernt habt! Gemeinschaft Christi, in unseren schwierigen Zeiten, gemeinsam bewältigen wir die Herausforderung unseres Lebens im Dienst für Gott, weil wir wissen, dass unsere Arbeit nicht umsonst ist. und da die das ja der Entschluss das ist ein Schuss, also mit dem Werte und unseres Ausatmen des Schuss. Vielen Dank.